Hallo, ich bin der Vertreter, der in Korea eine Aktiengesellschaft für öffentliche Unternehmen betreibt. Wenn Sie mehr über mich wissen möchten, suchen Sie nach meinem Namen auf YouTube. Ich bin der Vertreter von YouTube-Kanälen und Nava-Cafés in Korea. Die linke PowerPoint-Rendite ist die Rendite der von mir empfohlenen Kategorie. Und Sie sehen eine unglaubliche Ertragsrate. Korea Korea ist ein Land, das sich enorm weiterentwickelt. Besuchen Sie mich, wenn Sie in ein Unternehmen in Korea investieren wollen. Meine Aktienkarriere ist über 30 Jahre alt. Die Erträge von PowerPoint auf der linken Seite sind vom 1. Juni 2016 bis zum 30. Juni 2018 gestiegen. Das ist das Billigste in Korea, das ich analysiert habe. Und nur die Aktien der am wenigsten bewerteten Unternehmen, die am meisten investiert haben. Er ist der Vertreter von Unternehmen, die in 730 Tagen nun zwei Jahren investiert haben und enorme Gewinne erzielt haben. Ich glaube, dass die nationalen Unternehmen, die ich betreibe, sich zu einem globalen Unternehmen entwickeln. Ich möchte Ihnen heute eine Vorstellung von meinem Unternehmen erzählen und über mich. Ich empfehle Ihnen. Samsung und die BTS BTS sind auch stolz auf Korea. Korea ist ein Land, das eine unglaubliche Wettbewerbsfähigkeit und Entwicklung verspricht. In Korea habe ich eine sehr besondere Fähigkeit. Alle Aktien, die ich analysiere und investiere, sind von 100% bis 1000% großartig. Alle Aktien, die explodieren, werden ausgewählt und investiert. Es gibt sehr gute Geschäftsgewinne, gute Cashflows, und vor allem eine sehr niedrige Investitionsattraktivität. Wir wissen alle Aktien, die einen großen Gewinn erzielen können, und investieren. USA, Europa, England, China, Deutschland. Industrielle Länder wie Japan haben negative Bankzinsen. Im Zeitalter des negativen Zinssatzes sollten Sie auf das repräsentative Vizeministerium der nationalen Unternehmen, das die besten Gewinne in Korea hat, achten. Ich suche nach jemandem, der in öffentliche Unternehmen investieren kann. Die National Business Administration ist immer noch ein Unternehmen, das eine jährliche Dividende von 10% pro Monat für Monat. Ich zeige Ihnen, wie man in die Verwaltung der nationalen Unternehmen investiert. Es gibt eine Möglichkeit, sich als Aktionär der ersten staatlichen Unternehmensverwaltung zu beteiligen und eine jährliche Zuteilung von 10% pro Monat zu erhalten. Sie müssen die Investition in die zweite nationale Unternehmensorganisation einreichen, und Sie werden die ganze Welt davon überzeugen, dass Sie es tun. Es ist eine Art Ratschläge, wie man direkt in koreanische Aktien investieren kann, wie man es sagt und wie man Gewinne erzielt. Wenn Sie mich treffen, kann der gesamte linke Powerpoint-Gewinn Ihr Einkommen sein. Die rechte Karte ist seit dem 20. März stark gesunken, nachdem die koreanischen Aktien mit dem Corona-19 gesunken sind. Alle 230 Aktien der Firma wurden zu einem niedrigem Preis gekauft, um einen großen Gewinn zu erzielen. Das sind die Daten, die ich im Naba-Café und im YouTube-Sekretariat bekomme. Ich habe alles als Videodaten hinterlassen. Jetzt treffen sich die nationalen Unternehmen, um sich zu einem globalen Unternehmen zu entwickeln. Wenn Sie mich besuchen, werden Sie den glücklichsten Tag Ihres Lebens verbringen. Und ich werde Ihnen mitteilen, dass ich nach einem großen Rückgang auf Corona-19 die Aktien erträge, die ich gekauft habe. Sie sehen, dass der Mindestpreis 10.200 Won und der Höchstpreis 33.200 Won beträgt und einen Gewinn von 206% erzielt hat. Die Person, die mich trifft, wird der glücklichste Moment in Ihrem Leben sein. Wenn Sie mich besuchen, wird dieser Gewinn Ihr Gewinn sein. Wenn Sie mich besuchen, ändert sich Ihr Leben. Die Zukunft Koreas ist sehr hell. Wenn Sie in die koreanischen Bürger und Unternehmen investieren, können Sie große Gewinne erzielen. Korea ist das letzte geteilte Land der Welt. Wenn Korea an einem nicht weit entfernten Tag vereinigt wird, wird der Wert der koreanischen Unternehmen stark steigen. Die Aktien der Firma, die ich kaufe, sind in Korea ein sehr unterbewertetes Unternehmen im Vergleich zu den Vermögenswerten. Es ist ein Top-Unternehmen mit einem anhaltenden Gewinn, und einem sehr guten Umsatz. Diejenigen, die sich besonders dafür einsetzen wollen, dass nur die Bereiche ausgewählt werden, in denen ein großer Gewinn erzielt werden kann, sind Geschäftspartner der nationalen Unternehmensverwaltung. Kommen Sie zu mir. Ich bin zuversichtlich, dass ich Ihr Leben am glücklichsten machen kann. Wer möchte einen großen Gewinn machen, indem er Aktien in Korea investiert? Bitte kontaktieren Sie jemanden, der sich als Aktionär an einem koreanischen Unternehmen beteiligen möchte und monatlich 10% der Stabe.